hallo und herzlich willkommen zurück jetzt noch mal eine runde let's have some fun mit billi hallo billi ja hallo ja und was spielen billi was spielen wir denn heute heute spielen wir billiard ja ein kümm sechs löcher ja okay billi fangen wir mal an mit billiard du bist ja voll der profi in billiard und nein oh das ist laut billi das ist gar nicht gut dass du laut bist wir machen mal den ton aus billi ja den mag ich auch aus gut bilden danke billi okay okay das alles nicht so funktioniert wie ich sagte du bist doch ein user so jetzt fängst du wieder an herum zu flamen so wie immer ich nehme gar nicht abnehmen ohne tun ist ein bisschen schweiß aber egal ich drehe meinen auf dann ist es bei dir nicht zu laut moment ich mache ich mache dir noch mal ein schauen wie doch das extrem laut aber egal wir lassen bei mir das ein bisschen weil ich aufnehmen aber ich mache den und doch doch ausweil verstört ja dein kühl legt auch irgendwie ja sag ich ja was du gerade eine reingeschossen ja wieso bist du verwundert ich bin sechster an der weltmeisterschaft bei play ray mini golf gewesen ja wir spielen aber billi ja dann nicht mini golf also ja ja genau okay jetzt kann ich keine so richtig sein machen einfach versucht die ja auch dort sein locker ich glaube das hat nichts mit glück zu tun sondern alles mit können das auch und mein können ist jetzt dass ich die davon ja schätze was sei es ist ein schöner so erst mal meine freien und jetzt was die freie auswahl welche du nicht treffen willst ich glaube ich treffe besten die nicht du hast sie aber getroffen du cheater herauf zu schieten billi ach fuck aber wenn die jetzt eingegangen wäre ja normalerweise geht die auch rein aber du hast irgendwie so ein tool benutzt dass das das dass ich sie nicht reinkriegen kann ja ich habe einen aimbot so schau wie dich da alle reinhauen nach der reihe und noch mal jetzt wissen wir jetzt wissen wir wieso du auch bei deinem i wanna beat the guy walkthrough am nun mal gestorben bist weil du ja ja my video let's player bist oder billi und sonst nichts ja sonst nichts ich habe nicht mal einen youtube account ja und du hast auch kein real life nein eh nicht danke das war echt nix von dir aber ich muss jetzt nur noch die schwarze reinmachen und woher kenne ich dich dann eigentlich ja von my video ich bin dein bester größter liebster coolster abonnent einer von den 10.000 20.000 ah ja voll vergessen gott kaum noch eines okay noch einmal billi wir haben ja noch genügend zeit und zwar mehr als sechs minuten mehr als sieben minuten sogar findest du das nicht cool billi das ist ein wahnsinn wirklich sieben minuten also wieso hast du überhaupt so ein akzent man könnte fast meinen du kommst aus österreich aber das kommst du natürlich nicht denn du bist vollblut deutscher oder ja ich komme aus berlin kreuzberg ja tegel kegel tegel tegel da steht irgendwo ein flughafen glaube ich ach cool ja ich fahr ja so oft in berlin ja hast mich schon mal auf einem fantreffen von mir scheisse besucht ja an der billi.com 2010 mhm 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 man könnte fast meinen du wärst österreicher weil österreicher machen ziemlich viel so mhm aber du bist ja deutscher mhm ja das habe ich mir fuck von meinem österreichischen vorbild abgeschaut und der wäre das wäre ich Wolfgang Amadeus Mozart ist mein großes vorbild bei den Let's Playern von dem habe ich auch meinen Akzent ja genau ja wirklich kannst du mir jetzt glauben und wenn nicht dann also nur für die Leute die es nicht wissen also für die die nicht so oft bei my videos sind ähm Wolfgang Amadeus Mozart ist ein ähm Let's Player auf meinem Video und der ist vergleichbar wie ähm ähm CK hier in Deutschland oder? Also auf YouTube oder? ja circa nur dass er etwa dreimal so viele Abonnenten hat dreimal so viel dreimal so viel dreimal so viel dreimal ja für die den kennen er ist circa so berühmt wie wie Sugar Conroy bei den Amerikanern also aber ähm er macht es ja noch auf Deutsch also ja wenn er es noch auf Englisch machen würde er wäre mindestens so bekannt wie äh wie 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 Ray Williams Johnson oder ja also kennst du den überhaupt? nein haha der Typ hat über fast 3 Millionen Abonnenten wirklich? und du kennst den nicht? ja oder so wie Nigga Higa oder so wie? Nigga Higa ach ja der gute alte Nigga Higa kenn ich ja ja aber der macht keine Let's Plays also ja ich mein nur es gibt ja nicht so viele Let's Player die über 100.000 haben außer Wolfgang Amadeus Mozart und ähm dieser Sugar Hugga Conroy genau ja ach Gott Billy bist du heute mit dem falschen Fuss abgestanden? irgendwie kann ich mich gar nicht auf Billard konzentrieren weil deine Let's Plays halten mich davon ab ich schau mir gerade dein ähm 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 dein World of Warcraft Let's Play an indem du es in einem Part von Level 1 auf 50 geschafft hast also das ja ist aber nicht mein bester Run ich hab auch äh ich hab's auch einmal in einem Video bis auf Level 80 geschafft dann 2000 Billy du du musst jetzt hier nicht so irgendwie ähm untertreiben wir wissen doch dass du einer der besten MyVideo Let's Player bist du bist ja vor allem Let's Player ja schon seit 2005 oder wie lange bist du schon Let's Player? ja ja ich war der allererste also natürlich ähm warst du auch vor ähm Wolfgang Amadeus Mozart oder? ja aber er ist trotzdem ein Vorbild und wegen ihm hast du mit dem Let's Plays angefangen oder Billy? ja obwohl ich vorher eben angefangen habe aber er ist ja er hat mich dazu inspiriert ja mit seinem ähm mit seinem Piano Let's Play ja ja hey fuck Billy was soll ich das du darfst nicht gewinnen ist hier mein mein Kanal und erst wenn wir ähm ein Video machen in dem dass du ähm auf deinem MyVideo Account oh oh das heißt als Bücher hey fuck okay Leute nur damit ihr es wisst er cheatet wirklich ah ok jetzt hat er aufgehört ha 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 nur damit ähm ihr kein Verdacht schöpft aber er hat nämlich keine Ahnung und ich bin viel besser aber geh trotzdem auf sein MyVideo Account wie heißt er schon wieder dein MyVideo ja billy let's play ist nicht disfunkumado 10 24 nein ich hab die Namen geändert ach so du wolltest keine Probleme mit irgendwem copyright und so ja wie auch immer ja 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 bei Wolfgang Amatheus Mozart hat mir vor allem let's play äh sonate 5 und 6 gefallen also oder die unverendete Symphonie da ja let's let's play Requiem war das ach so ja ich kenn mich damit nicht zu ach fuck was soll das ich kenn mich damit nicht zu aus scheisse jetzt hast du mir die Weise echt geil hingelegt danke ja komm behal dich ein bisschen billy denn wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit und ich muss noch dreimal gewinnen in diesem Part sonst laden wir es nicht hoch ah fuck du scheiss spiel jetzt hab ich gedacht du gibst mir wieder mir die schuld ja ich nenne dich auch oh da ist er drinnen ich nenne dich auch jeden Tag spiel hallo spiel spiel billy und bam loser loser ok den schaff ich sowieso nicht ja ok wenn du jetzt ein richtiger mann bist ein waschächter let's player drückst du auf den knopf aufgeben komm schon das wird das wird doch ein geiler gag zum schluss ach spielverderben dreckiger spiel ne ähm ja 1 zu 1 nicht schlecht billy danke dass du bei mir zu gast warst es hat eine Menge spass gemacht und ich mach bei deinem ähm ähm code modern war for modern war for ähm let's play damit ok oder bei deinem ähm world of warcraft let's play oder ja ja mach das mal ok also ähm ja tschüss leute tschüss billy tschau tschüss billy tschau bye bye billy ja see ya billy ist schon genervt von mir also bye tschüss